Externe Laufwerksgehäuse, in die man zuerst aufwendige Festplatten einbauen muss, waren gestern. Mit dem SATA Quickport von Sharkoon lassen sich nackte Platten als mobile Datenspeicher nutzen. Verbinden Sie die Dockingstation per USB 2.0 mit Ihrem Rechner. Dann stecken Sie einfach die SATA-Festplatte hinein. Fertig. Kein lästiges Schrauben mehr. Ohne Kabelsalat und externes Gehäuse. In das Gerät passen alle SATA-Festplatten im 2,5 Zoll und 3,5 Zoll Format. Das Wechselsystem eignet sich perfekt für problemlose und kostengünstige Datensicherungen. Aber auch das heimische Musik- und Filmarchiv lässt sich so kostengünstig auslagern. Sparen Sie sich das Geld für extra Laufwerksgehäuse.